Aber das müssen wir jetzt erklären, was hat die Ablöse, das ist ja grundsätzlich ein Thema. Wenn ich jetzt in einer Mietwohnung bin, mein Verständnis, und die dann ausziehe und ich habe da eine Küche eingebaut, dann hätte ich gerne eine Ablöse dafür. Da gibt es jetzt verschiedenste vertrauliche Konstellationen, wo ich sagen kann, das ist vorher schon vereinbart worden oder eben auch nicht. Oder der Nachmieter sagt, ja, fällt mir eh so, super, übernehme ich. Aber was hat das mit den Provisionen zu tun? Das ist im Grunde genommen der Fakt, dass die Provisionen da ja keine Rolle mehr spielen, weil es gibt ja keine Provision. Aber die Vermieter sind ja dann froh, einen Nachmieter zu haben, meistens einmal. Und dann werden die Mieter für Dinge, die sie eigentlich nicht mehr brauchen, als Bedingung stellen. Du musst mir den Kasten um so und so viel abkaufen, obwohl der Kasten vielleicht nur 12 Euro wert ist, verlangt er 2000 Euro dafür. So, solche Dinge gibt es und nachweislich. Das ist ein Fakt, den man auch berücksichtigen muss. Was wesentlicher ist, meines Erachtens, ist eben die sogenannte Haftungspflicht des Maklers, die natürlich gegenüber dem Mieter wegfallen wird. Wenn der Auftraggeber der Vermieter ist, dann ist das mein Kapo. Ich diene diesem Herrn, ganz einfach. Ich suche zwar den Mieter, aber es ist auch im Gesetz, so wie ich es jetzt gelesen habe, nicht vorgesehen, dass der Makler trotzdem die Haftung für den Mieter übernehmen wird müssen. Das heißt also, es fällt eigentlich, meines Erachtens, und das ist das, was ich sehr kritisiere, konsumentenschutzrechtlich die Haftung für den Mieter weg. Das heißt, der Mieter muss selber schauen, wie er zu seinem Recht kommt. Das heißt, der Mieter muss selber schauen, wie er die Haftung für den Mieter wegfallen wird.